Wir sind die Firma MyPatrickkasten. Wir sind wir Easy2Ports. Wir sind Epax Solar. Wir sind 5 Finger Games. Wir machen wir Blockchain Gaming. Also vereinfacht erklärt. Wir machen wir Games, wo sich der Spieler ein bisschen was nebenbei mitverdienen kann, wenn er unsere Spieler spielt. Wir sind im Photovoltaik Großhandel tätig. Unser Produktportfolio besteht eigentlich komplett aus allen Komponenten, die man eben braucht, um eine Photovoltaikanlage zu errichten. Wir haben eine Cloud-basierte Software aufgebaut, die einen Einkäufe von Fertigungsteilen mit seinen Lieferanten verbindet. Durch eine KI-Lösung können wir Bauteile analysieren und gruppieren und den richtigen Lieferanten zuordnen. Wir stellen große Briefkästen für das Eigenheim her, in die der Postbote seine Pakete bequem abgeben kann. Und bald wird es eben auch eine App von uns geben, um dann benachrichtigt zu werden, wenn ein Paket kommt. Wenn man Probleme hat, kann man sich untereinander austauschen, sich gegenseitig helfen. Die Verwaltung hier ist auch jederzeit für einen da. Das Gründerzentrum hat mit dem Netzwerk und mit bei Startup gemeinsam einen Business-Einstellungsabend veranstaltet, wo wir Geldgeber gefunden haben. Und auch ganz konkret haben wir zum Beispiel von ProtectM jetzt ein Security-Audit machen lassen. Und das Gründerzentrum, von dem profitieren wir halt, weil wir da ein brutales Netzwerk an der Hand haben, wo wir sagen, da können wir immer darauf zugreifen. Das ist wirklich ein breites Netzwerk hier. Werde auch du Teil unseres Netzwerks.